Herzlich willkommen alle Freunde zu Zombies, einen neuen Spielmodi auf Hypixel und zwar nicht allein, sondern mit dem... Garnon, hallo. Hallo Garnon. Hi. So, dann erklär mir mal das Spiel hier. Ja, keine Ahnung. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung. Ich habe hier eine Pistole. Hast du ein Texture Pack? Ja, ich... Nee. Ich auch nicht. Bei mir sieht alles so komisch aus. Nee, da kommen wir uns da. Ich denke mal, wir müssen die Zombies töten. Nee. Denk mal, wir müssen ja einfach nur Zombies töten. Nee. Machen die One-Hit oder was? Nee, eigentlich schon nicht, aber... Du bist tot, ne? Ich auch. Nee, du. Ich habe doch du gesagt. Ach so. Was? Ich verstehe das Spiel noch nicht. Ich auch nicht so richtig, weil was habe ich jetzt bekommen? Nichts oder was? Ja, ich auch nicht. Okay. Oh, hier hinten sitzt. Ach, toll. Nur noch wir beide leben. Okay. Runde 2. Okay. Ah, das sind sie wieder. Ah, so. Dann erkennst du diesen Invasions-Mod, wo ganz viele Mobs dann in verschiedenen Wellen kommen? Ja, keine Ahnung. Ich denke, so ist das hier. Kann sein, aber ich verstehe nicht, warum man kein Texture Pack bekommt. Oh mein Gott, ich bin fast down. Oh mein Gott, ich bin fast down. Ja, geh mal weg da, Ganon. Oh Gott. So. So. Äh, hier hinten sind die gestorben. Oh, hier kann man sich ins Hotel begeben. Äh, dafür brauchen wir Gold und Du. Du könntest vielleicht auch deine Pistole hier gleich benutzen. Mach ich ja auch. Warte, ich habe Insta-Kill aktiviert. Ja, wow. Aber ich sehe keine Zornblüsse. Hast du schon Perks oder was? Ne, ich habe es gerade einfach bekommen, nachdem ich so ein Dings gedötet habe. Da kommt ihr noch. Ah, hier ist ein Neuer. Ja, hier ist ein Neuer. Ja, hier ist ein Neuer. Ja nur, du stirbst wieder zu schnell, ne? Mache ich auch noch hin. O Gott. Ja, ich bin tot. Ja, warte. Ja, hinter dir. Oh Gott. Ihr habt mir ja aber viele hier gelassen, ey. Ja. Ich will ja nicht sagen, aber das wird ein bisschen schwer. Ja, ich glaube du schaffst es aber. Oh Gott, ich glaube ich habe es. Oh mein Gott. Okay, nice. Wie viel Gold haben wir? Ich habe 1.100. Okay, Hotel. Ich habe 335. Ich kann jetzt die Tür hier öffnen. Ja, toll. Keine Ahnung, verstehe ich hier gar nichts. Oh Gott. Die Tür ist jetzt auch für mich offen. Oh Gott. Okay, ich bin down. Aber fast. Ich muss kurz teilen. Du kannst mich wiederbeleben. Oh, Alter. Ich brauche Probleme. Hier. Nicht wenn hier 10.000 Monster sind, Ganon. Oh. Oh, ich bin wieder da. Wie du gehst? Ne, ich lebe wieder. Ach so, ja ich nicht mehr. Ich habe halt keine Ahnung, wie immer Leute revivet. So, ihr dürft nicht sterben, ne? Oder du kommst schnell zu mir. Ey, wo bist denn du? Ja, hier hinten irgendwo. Ja, hier hinten irgendwo. Okay, wunderbar. Weißt du dich? Ach, du bist jetzt sowieso wieder da. Alles gut. Äh, hier kann man sich... Riffle? Okay. Riffle. Riffle update. Ich habe nur noch 7 Schuss. Das finde ich nicht... Ah, habe es gemacht. Du musst rechtsklick machen. Mit was? Ja, auf dieses Riffle Ding da. Ah, ich habe eine gute Schüsse. Er hat 25 Schuss. Und macht One-Hit. Haben wir noch welche? Ach. Ah. Ah, ich verstehe das langsam hier. Man muss diese Kenzer danach wieder zubauen. Also, ich bin kurz vorm Sterben, ne? Ja. Ja, warte. Bitte kommt mein Glück. Aber die kleinen Dinger, die sind ein bisschen... ...schwer zu treffen. Runde 6. Okay, wir sind schon bei 6. Oh, ich habe ein Eisenschwert. Du auch? Ja, ja, klar. Die ganze Zeit schon. Ja. Oh Gott. Der Hund, der Hund, der Hund, der Hund... dasmarket마irus... Oh Gott, Alter, wie viel ist es denn sonst? Schießt du auch mit deiner Pistole? Ja, ja, die waren schon schon. Ich seh deine Effekte gar nicht. Cool. Scheiße, der eine ist schon wieder da. Ja, ich hab das Gefühl, der steckt immer. Ich schieß doch die ganze Zeit die Zombies ab. Ja, heil du mal bitte eben die Leute. Ich weiß nicht, wie das geht. Ah, die ist sowieso wieder da. So, 900. Ich mach mal hier. Ja, ich hab schon aus. Hab ich gerade eben ausgemacht. Was gibt's jetzt hier oben? Extra Weapon. Ah, hier kann man Hosen holen. Äh, wo? Einmal eine einfach. Ähm. Was haben wir hier? Eine Shotgun. Cool. Äh, hier steht... Äh, wo ist der Power Switch? In der Power Station, alles klar. Hier gibt's die Galerie für 7,50. Oh Gott. Ich bin tot. Ja, ich bin hinter dir. Boah, ich... Ja, toll. Bro. Okay. Ich muss dir auch sagen, ne? Gano war jetzt wirklich echt nicht der Beste. Ja, wahrscheinlich. Ja. Na, das war's mit einer Runde Zombies. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis dann, euer Kamito. Tschüss. Du musst auch Tschüss sagen. Tschüss. Und links kommt ihr zum neuesten Video und recht zur aktuellsten Playlist. Tschüss. Ach.